Yo, yo, was geht da? Ich bin der Backupstart, aber heute mal etwas komisches Zeug, nicht in Minecraft, ich sehe gerade, oder ich bin gerade im Internet unterwegs, hab da kurz was nachgeschaut, da ich was für euch geplant habe, kann man schon so sagen, ich weiß natürlich nicht funktioniert, aber da müsst ihr auch noch gar nicht wissen, es ist aber nur noch so eine kleine Testphase, aber da bin ich gerade hier reingekommen, das habe ich schon wunderschönes gesehen, richtig, Werbung, wie WhatsApp-süchtig bist du? Du stehst an der Ampel, was du sagst, dieser Fahrt hat mir kommt schon, das kann ich nicht aufmürken lassen, ich muss diese Scheiße spielen, weil da, das ist einfach so, so ein typisches Quiz, ich bin gespannt, was ich am Ende gewinnen kann, ob vielleicht so ein iPhone 7, oder ne, iPhone 8 natürlich schon, die leben ja schon in Zukunft, einen neuen, was weiß ich, Bugatti Chiron oder eine Haus-Villa und eine geile Frau gewinnen kann, aber wir wollen mal schauen, ich bin gespannt, du stehst an der Ampel, was tust du, ich bleibe stehen, ich gehe, ich schaue nach rechts und links, ich schaue, welche Farbe der Ampel hat, ich werde überfahren, also ich schätze mal, wenn ich hier an der Ampel stehe, ich schaue auf alles, werde überfahren, warum nicht, Alter, das ist doch die richtige Antwort, die Leute denken immer, man muss die richtige Antworten, doch ich habe die eine Logik durchschaut, die Antworten, das, was ich denke, was richtig ist, ist mir gewinne, ich verstehe dir, das ist komische Logik, aber bin gespannt, Boah, ich kann nicht mehr sprechen, in einer Unterhaltung wirst du nach deiner Handynummer gefragt, wie reagierst du, was, habe gerade nicht zugehört, ich habe gar kein Handy, geh auf Festnetz, wer hat das gesagt, äh, add mich lieber auf Facebook, äh, ne, ich würde mir lieber doch Festnetz bevorzugen, weil Festnetz ist doch viel geiler als Handy, das weiß doch jeder, Du hast dein Handy zu Hause liegen gelassen, was nun, was nun, wie komme ich nach Hause, was mache ich überhaupt unterwegs, naja, ich schaue später, was habe ich verpasst, Ersatzhandy, FTV, ich habe immer noch keinen, natürlich, Ersatzhandy, ich renne immer drei Handys rum, Ergebnis wird geladen, es gibt auch Alternativen, du nimmst WhatsApp, manchmal, oder, Trema, kenn ich nicht, Telegram, äh, oder, muss man das kennen, oder sonst noch eine der vielen alternativen Message-Dienste, dein Konsum an Chats und Datenaustausch hältst du in Grenzen gut gemacht, ich gewinn hier nichts, wollen die mich verarschen, naja, jetzt erst mal, war, glaube ich, ein ganz schön langes Pre-Intro, oder, also, es war, glaube ich, das, glaube ich, längst, was ich gemacht habe, naja, enjoyed dieses Video, Alter, Yo, yo, was geht ab, ich bin bergab start, und heute mal Jump League, aber nicht allein. Wow, ich wollte euch noch Namen sagen, nachher, ich habe auch keinen Bock mehr, heute schon wieder Jump League-Duellen mit dem lieben... Hallo. Gar nicht, in den Versuchungen oder so, erst mal schon gleich zum ersten Feld, wir kommen schon immer nur in so einem, was weiß ich, äh, Szene, wo es einfach alle gegen alle sind, dass wir jetzt gar nicht wirklich mehr personalisieren, einfach, unser Jump League, nämlich mit dem lieben Kyrex, das ist mein kleines Accessoire für heute. Ja, hallo. Und ich glaube, wir kommen schon Kyrex und ich, die, die, die schlechtesten in diesen Jumbons, ich bin immer gespannt, wer von uns der Bessere ist, deswegen machen wir jetzt die ganze, die ganze Zeug hier und hier. Lolli ist besser, ganz klar. Ja, nee, ich wollte euch damit eigentlich nur mein Ego befriedigen, dass ich besser bin, doch deswegen geht ihr kommt durchs Video, da die Leute halt, äh, ich muss sagen, dass ich das nicht so tue, weil es wäre echt schlecht, verstehst du? Äh, dieses Video fängt echt gut, wenn ich, äh, ein Echtgewicht, dann, äh, komplett, du bist irgendwie komplett letzter, also vor allem erst mal du so und dann befriedige ich mich. Ja, ja, ja. Ja, ich muss ja mein Ego auch noch irgendwie etwas nach Vordermann bringen, nachdem ich halt durch die Pass, muss ich halt irgendwie kompensieren und da bist halt du, äh, und das ist alles Real Talk, Leute, das ist alles Real Talk hier, also auch wegen, was... Komplär shit, was er da lauert, Alter. Na, 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 Real Talk, Alter. Ja, Video-Themen hab ich heute gar nicht so, außer, dass ich eventuell heute auf meinem dritten Kanal, das hört sich immer voll komisch an, erstes, erstes Kanal, zweiter Kanal, nee, heute dritten Kanal, nämlich um ungefähr 20 oder einfach 20 Uhr später streamen, da ich heute noch ein bisschen mehr produzieren muss als sonst, aber dazu kommen wir noch gleich, und, oh Gott, ja, ein Goody, oh, die Chess ist geil, aber hast du ein bisschen gutes Equipment, hau mal so raus. Hast du das jetzt... Ähm, schlecht. Schlecht? Einfach schlecht. Das sieht für mich schon mal gut an. Also, ne Angel hab ich, da bin ich schon mal zufrieden. Oh Gott, Angel kann ich gar nicht spielen, Angel ist eines der wenigen Sachen, die ich einfach gar nicht beherrsche, einfach null. Ich weiß nicht, wie man damit spielt, ich hab im Donnie gespielt, ich hab's früher zum Angeln benutzt, um Fische zu fangen, um mich früher zu ernähren. Ach so. Heutzutage wird's wohl zum Schlagen benutzt, Alter. Als Sache. Als Sache. Naja, eher, warte mal, man angelt keine Fische, sondern man angelt sozusagen... Ja, deine kleine Lollys, Alter. Kleine sexy Lollys. Meinkle-Figuren. Na gut, das kann auch sein. Ach man, ich komm bei Modulen irgendwas nicht weiter. Oh Gott. Was, du bist vor mir? Ich hab ne geile Ton. What? Ach wirklich? Nein. Oh, ich muss mich richtig aufholen, Alter. Ich muss mich mal hier richtig drehen, ich dachte... Ich war gerade übelst nicht schlecht und jetzt... Ich dachte, ich spiele extra für Scheiße, damit der Kekse einen kleinen Vorteil hat, aber nö, ist aber besser als ich. Oh ja, jetzt kommt die Aussehen hier. Ein Versuch, was doch schon erwart. Oh, guck mal Leute, wie weit. Die Werte ist bald für euch die Überraschung geplant. Ich weiß, ob jetzt die Überraschung nicht funktioniert, wie immer. Was hätten wir auch anders von mir erwartet. Aber jetzt wird bald noch so ein kleines Update-Video kommen. Das habe ich schon etwas länger geplant, bzw. wurde mir schon länger vorgeschlagen von gewissen Leuten. Und es wird bald hoffentlich, wenn alles klappt, veröffentlicht. Aber ich fühle dich zu sehr Spoiler, weil sie mich nicht von jetzt sind alle traurig. Daher sage ich noch nicht zu viel. Ich sage einfach, dass eventuell ganz viel, weil die Überraschung auf dich zukommt. Aber mir auch nicht. Ich bin gerade bei Modul 5. Du bist schon bei Modul 6. Ähm, ja, gleich. Ja, ja, genau. Ja, in der Tat. Okay. In der Tat, Alter. Ey, ey, oh. Oh, 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 oh. Ja, Hilfe. Hilfe. Ist es schaffbar? Ja, ist es schaffbar. Aber Leute, wisst ihr was? Ich bin ein kleiner Spacki. Weil ich das sehr gut kann, weil mein Vater sagt, ich bin ein kleiner Spacki. Nein, man muss den Scheiß-Effekt da einblenden. Ach Mann. Mehr Arbeit für der kleine Lolli. Mehr Arbeit. Aber ich bin echt ein kleiner Spacki. Ich bin gerade fast, ich bin vorm Checkpoint runtergefallen. Nein. Ich bin gerade bei Modul 6. Ja, ich noch nicht. Ich bin ja gerade voruntergefallen. Jetzt überholt ich mich wieder. Das ist ja das letzte Modul. Warst du 6 Module beim Duell? Kurzes Video. Ich kann nicht über 10 Minuten strecken, Alter. Wie soll ich denn hier überleben, Alter? Ich kann nicht mal auf 10 Minuten strecken. Bin wir gerade bei 4 Minuten. Musst du hier mal, was weiß ich, mal ein Outro, mal die vorne ist Outro. Also noch so ein paar Minuten so schwarzbild. Oder meine Freche. Achso, dann als Error ausgeben. Das ist es. Alter, so kommen wir noch auf über 10 Minuten. Ja, kannst du ja mal. Oder ich lass mal einen Teil einfach. Aber genau 10 Minuten und 1 Sekunde. 1 Sekunde, wollte ich gerade sagen. Da würde ich überhaupt noch die Werbung einstellen können. Wenn nicht vor der Werbung. Weil irgendwie muss ich auch noch hier überleben, Alter. Mal schauen, wie viele Leute das ernst nehmen. Bin sehr wirklich gespannt. Okay, das beginnt schon gleich. Och Mann, es geht los. Ey, ich bin aber echt. Moment, Moment, Moment. Ähm, mega cool. Nein, vorletzter Job runtergefallen. Heute PVP-Zinn mit epischen Effekten. Meine, schreib mal in die Kommentare. Ey, mach mal einen Shader raus. Ich hab keinen Shader. Ich kann mir jetzt kurz für Passkunden mal abspielen, wie ich momentan das Bild sehe. Das ist einfach kein verschissener Shader. Das ist meine speziellen optimierten Effekte für Minecraft, Alter. Aber es gibt ja auch wieder diese wunderschönen Effekte, weil, warum nicht? Achso, ich muss mich erschlagen. Stimmt ja. Das wäre ja was, Alter. Mit Shader. Shader, ja. Schreib mir ohne Scheiß immer wieder mehr Leute rein, dass ich endlich mal ein Shader ausmachen soll. Das hört komplett hässlich aus. Das heißt, du machst deine Effekte super gut. Ja, ja. Das ist aber ein... Oh Gott. Ihh. Noooin. Profi-Player, Alter. Bauer Shad. Oh, Alter. Also einfach nur so kleine Talk-Runde. Falls ihr mehr davon sehen wollt, ohne richtiges Thema, schreibt euch da unten rein und schreibt, ob bei euch die Abo-Box funktioniert hat, weil ich sehe immer wieder, die Abo-Box hasst mich. Also bei Livestreams ist die Abo-Box mir eh nicht vorhanden, aber bei den Videos, dass die auch noch dort abkackt, macht mich gerade schon etwas traurig, muss ich sagen. Von daher schreibt euch da unten rein, ob ihr heute benachrichtigt wurdet, dass ich heute ein Video hochgeladen habe oder nicht. Und jetzt kämpft wir jetzt mal weiter, Alter. Komm her, Alter. Du bekommst jetzt erstmal die Instant-Auf-Schnauz. Komm her, ich hab dich einfach mehr geschlagen. Nein? Aua! Geh doch weg mit der Scheiße. Du sollst in deine eigene Co-Vip, Alter. In deine eigene Co-Vip. Oh Gott. Hab ich dich? Nee, du hast mich. Nein. Verdammt, Alter. Es wäre knapp. Auf ein Herz. Ein Herz? Komm, wir kommen kurz her. Darf ich vielleicht noch essen? War alles mein Reckdächer hier noch nicht mal voll? Ja gut, der Reckdlackierings-Ren-Unternehmen. Darf ich mich hier empfangen? Nein, verdammt. Ich dachte gerade schon. Ich will jetzt nicht so schwitzen. Lass mich einfach gewinnen für die Aufnahme. Ist alles gut. Lass mich einfach gewinnen für die Aufnahme. Nein. Lass mich einfach gewinnen. Lass mich einfach gewinnen. Lass mich einfach gewinnen. Meine Aufnahme, Alter. Ewig gewinnen. Bei Klicks kann ich Pro-Spieler-Lolly in den Titel schreiben, Alter. Oder How to PvP Professional. Like a Pro-Player oder sowas halt. Clickbait. Von daher muss ich gewinnen. Du mich. Verarschen. Hallo. Achso, Alter. Wann, willst du schlagen? Alter, ich will nicht schon wieder in Killung geschlagen werden. Komm her. Geh doch weg, Alter. Ja, jetzt kommt mein Herz. Schick Mut. Du hast das Spiel, Alter. Wir werden gleich direkt in Killung geportet. Erst wie immer unten verlinkt. Kleine Scrap-Runde. Habt ihr schon ein wunderschönes Pre-Intro gesehen? Was heißt das für eine Pre-Intro? War schon top, oder? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein, euer Lolly. Ah.